Helmut ist entführt worden wir wollen Helmut gesund zurück haben Hilde es wird alles wieder gut glaubt mir Helmut kommt wieder dem passiert nicht wie schätzen sie Helmut ein ist der widerstandsfähig oder ängstlich dreht er leicht durch Helmut hat angerufen es geht ihm gut hatte gesagt es geht ihm gut kommen sie doch rein Helmut warte doch mal ich muss mich entschuldigen dass ich ihnen heute morgen nach dem anruf nicht die wahrheit gesagt sie haben auch mit dem entführer gesprochen nur mit Helmut er musste uns sagen dass wir das geld sofort wieder zu dieser brücke bringen sollten aber Helmut ist unser wichtigster zeuge Helmut war uns immer das wichtigste